Hallo meine Lieben, heute gibt es ein ganz einfaches Nageldesign von mir, also gerade für Anfänger sehr gut geeignet. Alles was ihr dazu braucht, sind zwei Farben eurer Wahl. Ich habe jetzt ein dunkles Rot und Gold genommen, weil ich finde, dass diese Farben sehr gut zusammenpassen. Und einen schmalen Pinsel. Dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir meine Fingernägel jetzt schon lackiert und zwar abwechselnd mit Gold und Dunkelrot. Jetzt nehme ich meinen schmalen Pinsel und Dunkelrot und male diese Pfeilspitzen auf die goldenen Nägel. Und dann nehme ich Gold und mache das gleiche auf den rot lackierten Nägeln. Und schon ist unser Design fertig. Wie versprochen, ganz einfach und gut geeignet für Einsteiger. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann bis zum nächsten Mal.